Mit mehr als 50 EDV-Tools stellt Kermi Planern und Architekten ein breites Service-Paket zur Verfügung. Diese EDV-Tools unterstützen Sie bei der Gebäudeplanung, Heizungs- und Lüftungsberechnung sowie im Ausschreibungs- und Angebotswesen. Gebäudeplanung Mit dem Web-Navigator können die passenden Heizkörperdimensionen ermittelt sowie eine CAD-Datei generiert werden. Das Revit- bzw. AutoCAD-Plugin ermöglicht die Planung auf Ihrer Plattform. So sind Ihre Projekte immer BIM-ready. Für die 3D-Planung stehen Ihnen Geometriedaten nach dem Datenformat der Arge Neue Medien zur Verfügung. Sie entscheiden somit über die Aktualität der Kermi-Planungsdaten. Für die verschiedenen Produktlinien stehen 3D-Revit-Dateien inklusive Revit-Families, also technische Produktdaten, zur Verfügung. Mit Kermi wird die CAD-Planung jetzt ganz einfach. Mit Hilfe des VDI 3805 Web-Navigator, der 3D-Planungsdaten und den Revit-Dateien. Berechnung von Heizungs- und Lüftungsanlagen Online-Applikationen Mit dem Kermi Quickfinder ermitteln Sie aufgrund Ihrer Gebäudedaten ganz schnell das passende Heizkörpermodell im Web oder mit der App. Mit der XNET Web-Auslegung dimensionieren Sie das Kermi-Flächenheizsystem sowie die Stückliste und den Angebotspreis in wenigen Schritten. Mit Hilfe des Jahresarbeitszahlrechners ermitteln Sie kinderleicht die Effizienz der Kermi-Wärmepumpen. Das Energielabel für Verbundanlagen generieren Sie mit der Web-Applikation Heizungslabel. Die niedrige Schallemission der flüsterleisen Kermi-Wärmepumpen lässt sich mit dem Schallrechner einfach nachweisen. Produktdaten Kermi stellt Ihnen die Produktdaten nach der VDI 3805-Richtlinie zur Verfügung. Damit entscheiden Sie frei, welche TGA-Software Sie verwenden möchten und sind BIM-ready. Speziell für Anwender der Linear-Berechnungs- und Planungstools stehen die Produktdaten für alle Kermi-Warengruppen zum Download bereit. Berechnungsprogramme Mit Kermi Ventilation erstellen Sie ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 und dimensionieren die Komponenten der kontrollierten Wohnraumlüftung. Kermi X-Well Plan ist eine Windows-Applikation zur überschlägigen Auslegung des X-Well Wohnraumlüftungssystems. Schnelle und zuverlässige Berechnung garantiert Kermi mit den Online-Applikationen und den Produktdaten zur TGA-Berechnung für die TGA-Berechnungsprogramme auf Windows-Basis. Ausschreibung und Angebot Produktdatensätze nach dem DataNorm-Datenformat enthalten alle Artikeldaten inklusive Listenpreise, Dimensions- und Ausschreibungstexte sowie Artikelbilder. Ausschreibungstexte zu allen Artikelmodellen stehen auf der Online-Plattform ausschreiben.de in neun verschiedenen Datenformaten inklusive dem GAP-Format zur Verfügung. Über www.shk-branchenportal.de der AG Neue Medien können Sie noch zahlreiche weitere Datenformate downloaden. Diese sind dank SHK Connect bei Ihnen immer auf dem aktuellen Stand. Ausschreibung und Angebot sind dank Kermi leicht gemacht mit den DataNorm-Datendateien, ausschreiben.de und dem SHK-Branchenportal. Mit mehr als 50 EDV-Tools ist Kermi Ihr kompetenter Partner bei der Gebäudeplanung, Heizungs- und Lüftungsberechnung sowie bei der Ausschreibungs- und Angebotserstellung. Unsere Kermi EDV-Lösungen und weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.kermi.de. www.kermi.de.de